Und die Zahl von Fraps ist mir gerade im Weg für mein Geld, dass ich sehe, wie viele Guthaben ich gerade habe. Das ist ja echt behindert. So, aber jetzt kann ich dich bauen. Registriere Energieknappheit. Ja, ist schön für dich. So, dann baue ich hier noch ein Windrad rein, so, hier eins, so, da eins. Allzeit bereit, aha, schön. Immer noch 99, das gibt es doch nicht. Wie viel wohnen, den Teil muss ich denn noch bauen? Äh, ich dreh durch. So. Zu 78%, zu 78%, zu 78%, zu 78%. Ist ja schön. So. Ich hebe euch mal den Baustopp hier auf, so. Dann könnt ihr euch mal empfalten. Und mir Kohle bringen, so. Hier kommt hier rein. Dann habe ich nur noch minus 4. Es geht doch noch. Ich brauche noch ein paar Teile von den Dingen, dass ich hier überhaupt auf den grünen Zweig komme. Mit der Ökobilanz. So, hier einher. Hier einher. So, jetzt gehört mir eh gleich die ganze Insel, wenn es so weiter geht. So, dann mache ich hier noch einher. Dann haben wir dich auch erschlossen. Äh, wenn es nicht immer so viel Geld kosten würde, der ganze Scheiß. Danke, Computer. Das ist sehr nett von dir, dass du mir das Spiel speichertst. So. Oh, Menno. Wenn es denn auch nicht... Könnten aus dieser Welt einen noch besseren Platz zum Leben machen. Schön. So. Wohnhaus aufgestiegen. Das lese ich immer gern. So. Da muss ich, glaube ich, noch ein paar produzieren. Ein paar Wohnhäuser. Hier kriege ich keins mehr hin. Aber da. 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 Und natürlich da. Oh. Hier sind die Bauzellen ausgegangen. So. Fische sind wir noch am steigen. Tee geht auch. Was bräuchte ich jetzt eigentlich für Sushi? Sushi, Sushi. Ich bräuchte Gemüsefarm und Reisplantage. Was benötigt weiter. Was benötigt Gemüse? Stillt dein Bedürfnis? Essen, Nahrung. Super. Wir haben hier ganz schön was geschafft. Hätte ich jetzt nicht gemeint. Kommt, Leute. Danke. Dann bauen wir halt noch so ein Teil. So. Aber jetzt ist es bald mal echt eine Lede, ne? Wenn es nicht bald was wird jetzt mit dem 50, dann wird es knapp. Ach, verarsch mich. Äh, doof. Brauche ich wirklich noch so... Ja, zwei Stück brauche ich noch. Oder? Ja, zwei Stück. Na, wenn die Dinger nicht so arschteuer werden. Zumindest pflanzen sie ja jetzt Bäume. Ist doch auch schön. So. Auf 71 ist jetzt die Ökobilanz. Hier buchern die Bäume. Wunderschön. So, was ist denn nun los? Ich fahre ein Plus ein. So. Dann ziehe ich noch mal eins von den Teilen. Nicht genügend Baumaterial. Ach. Die Bauzellen wieder. So. Äh, wo kommen wir denn jetzt hin? Auf 58. Weiter nicht. Ist ja blöd. War jetzt wirklich noch hier so... Nee, hier ist eigentlich alles gut überpflastert. Der überschneidet sich mit den zwei. Der überschneidet sich mit den dreien. Ist jetzt nur das Eck hier. Wo muss ich da einen hinpflanzen? Hilft sich alles nichts. So. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es ja. So. Komm. Das zweite Holz. Und zwei Bauzellen bitte. Na, Bauzellen. Kommt. Eine noch. No. Was ist denn hier so träge? Schon wieder. So. Teil gebaut. Mal geguckt. Sind wir noch... Unterkontrollstationen funktionieren. Hier wächst wieder etwas. Ich will ein paar Proben untersuchen und sehen, wie weit sich die Strahlung verringert hat. Okay, mach das. Was setzen Sie? Was? Saatgut Gemüse ein und liefern Sie... Ach, nö. Äh. Ein Saatgut Gemüse. So. Registriere neue Fruchtbarkeit. Das ist schön. So. Dann produziere ich mal Gemüse. So. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ach, nö. Nö. Hm. So. Ohpala. Ich hab schon wieder einen zu viel gebaut. Mach das gerne mal. Dann mach ich halt mal die Ding auf. Noch eine Reisfarm. Was fehlt denn wieder? Holz. Oh, schlimmer Finger. Ich dreh noch durch mit dem Holz. So, komm. So, Tee. Ich brauch vier Tonnen. Ich dreh durch. So. Fünfe brauchst du. So. Die kriegste. Die kriegste. So. Fünf, fünf, fünf. Eines draußen mal wieder. Zurück. Hier. So. Jetzt bist du angebunden, mein Junge. Was? Die negative Ökobilanz dieser Insel senkt die Produktivität auf 98%. Ja, schön. Ist ja nicht schlimm. So, was haben wir hier? Habt ihr noch irgendwelche Items? Saat, guck, Gemüse wird verkauft. Na super. Kann kein Mensch brauchen. Ich stehe zu ihrer Verfügung. Kommandoschiff ordern. Aha. Aufwertung. Aha. Schön. So, eine Tonne Gemüse dürfte fertig sein. Gemüse, 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 Gemüse. Gemüse. Ah. So, jetzt bringe ich dir mal dein Gemüse hier, so. Schön, dich zu sehen. So. Ganz insel. Aber natürlich. Die Werte sind immer noch bedenklich. Aber die Zentrale hat modifizierte Konstruktionspläne für die Überwachungsstation geschickt. Damit können wir die Renaturierung beschleunigen. Okay. Was sagt... Voraussetzungen für die Konstruktion von Überwachungsstationen berechnet. Ansiedlung von Ekoingenieuren erforderlich. Ah. Was... Eko... Ach, ihr verarscht mich. Personalbeschaffung. Ekoingenieure. Smog. Senatseffekt. Oh Mann, oh Mann. Warnung. Registriere feindliche Drohnen in diesem Gebiet. In welchem Gebiet? Nein. Ist gar nicht toll. Ganz und gar nicht. Oh Mann. Kalksteinbruch. Sand. Extraktor. Und hier wächst Reis. Iaah. Natürlich wächst hier Reis. Das ist ja toll. Dann kann ich hier die Reisscheiße wegreißen. Das eh nix bringt. So. Dann brauche ich hier... Was mache ich denn schon wieder? So, das kommt hoch. Dann nehme ich hier das Holz mal mit. Dann brauche ich noch... Bauzellen und Werkzeug. Dann baue ich hier mal ein schönes Kontor hin. Hier sind auch... ein paar Granatien eingekracht. Soll ich hier auf der Insel auch noch die Ökobilanz verbessern? Ihr habt doch den Arsch offen, oder? Ja, was ist mit dir? Ja, was ist mit dir? So, dann baue ich hier sofort mal eine Reisproduktion auf. So. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ja, ist klar, ne? Hilfte ja nicht. Du fährst jetzt hin und her. Ne. Noch nicht. So. Die Dinger brauche ich noch. 2, 2, 3, komm. 3, 4, 5. So. Haben wir hier 5 so Dinger? So. 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 Vielen Dank.